Wir müssen die Booster-Impfung noch massiv beschleunigen. Es muss wirklich sehr schnell geimpft werden. Ich glaube, wir kommen bei der Corona-Pandemie langfristig an einer Impfpflicht nicht vorbei. Karl, das tötet Leute! So, ich sag mal, also, äh, 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 äh... Oh, ich, oh, 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 das wusste ich nicht. Wie kannst du so etwas nicht wissen? Okay, mein Fehler, ich bin doof.